Am vergangenen Wochenende wurde die Million geknackt, am Dienstag der Kreisdirektor des Landkreises Höchster verabschiedet und vergangenen Samstag ein Feuerwehrhaus samt zahlreichen Jubiläen gefeiert. Was genau geschehen ist, erfahrt ihr jetzt bei den WSR News. Willkommen bei den WSR News. Ich bin Michael Ziergiebel. In diesem Video erfahrt ihr die wichtigsten News der Woche aus dem Kreis Holzminden und dem Kreis Höchster. Fangen wir mit Holzminden an. Die Freiwillige Feuerwehr Eschershausen feierte am 25. Mai die offizielle Schlüsselübergabe ihres neuen Feuerwehrhauses an der B64. Nach drei Jahren Bauzeit und fast einem Jahrzehnt Planungen und Gesprächen wurde die neue Basis der Einsatzkräfte eingeweiht. Gleichzeitig wurden die Jubiläen gefeiert. 150 Jahre Feuerwehr Eschershausen, 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 10 Jahre Kinderfeuerwehr. Ortsbrandmeister Christian Puschendorf begrüßte zahlreiche prominente Gäste aus der Politik, regionale Unternehmen und die verschiedenen Ebenen der Feuerwehr. Anschließend ließ er die Entstehung des neuen Gerätehauses Revue passieren und erinnerte an einige Problematiken des alten Feuerwehrgerätehauses. Feuchte Kellerräume, gefährliche Laufwege und dringender Platzbedarf. 2018 und 2019 waren die Planungen und der Abriss des alten Gerätehauses im Gange. Der Platzbedarf während der Bauzeit wurde durch einen weiteren Standort in Wickensen und später zusätzlich durch eine neue Halle gedeckt. Die Feuerwehr Eschershausen leistete zahlreiche Arbeiten in Eigenregie, um die Kosten gering zu halten. Der Plan ging auf. Der Bau kostete letztendlich 2,3 Millionen Euro anstatt den geplanten 2,7 Millionen Euro. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil besuchte am 24. Mai die Stadt Holzminden. Die SPD-Fraktion Holzmindens veranstaltete im Rahmen seines Besuchs eine Gesprächsrunde im Altendorfer Hof, bei der sich der Ministerpräsident den Fragen der Besucher stellte. Unter der Moderation von Janet Brandt, Unterbezirksvorsitzende der SPD in Holzminden und Sabine Tippelt, Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtags, reichten die Besucher ihre Fragen per Bierdecke ein. Thematisch bezogen sich die Fragestellungen auf das Krankenhaussterben im ländlichen Raum, Bildung, Jugend in der Politik, öffentlicher Personennahverkehr, Bürokratie sowie Digitalisierung. Inhaltliche Schwerpunkte bildeten jedoch die Fragen zum Krankenhaussterben, zum öffentlichen Personennahverkehr und zum Gastronomiesterben. Auf die abschließende Frage, wie die Zukunftspläne des Ministerpräsidenten aussehen, entgegnete Weil, dass er von einer erneuten Kandidatur absieht und ehrenamtlich Kindern Hausaufgabenhilfe anbieten will. In Holzminden fand am vergangenen Wochenende die 24. Modellbauausstellung von Oberstabsfeldwebel der Reserve Helmut Duntemann in der Pionierkaserne am Solling statt. Unter dem Motto, auf dem Weg zur Million, wurden Spendengelder für die Deutsche Kinderkrebshilfe gesammelt. Das großartige Ergebnis von 82.300 Euro wurde gemeinsam von Duntemann und Oberstleutnant Stefan Meister, Kommandeur des Panzerbionierbataillons 1, verkündet. Seit 1997 engagiert sich Duntemann für die Kinderkrebshilfe und hat über die Jahre insgesamt 924.000 Euro durch die Modellbauausstellung und andere Aktionen gesammelt. Am Sonntagabend, wenige Stunden nach dem Schluss der Veranstaltung, wurde die magische Million schließlich telefonisch verkündet. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kommandeur Stefan Meister, der die Gäste begrüßte und Duntemann für sein stetiges Engagement dankte. Auch Landrand Michael Schünemann würdigte den Oberstabsfeldwebel und das Panzerbionierbataillon 1 für ihre jährliche Unterstützung. Ausmittens Bürgermeister Christian Belke überreichte symbolisch eine Million Konfettischnipsel als Zeichen für das erreichte Ziel. Kommen wir zum Landkreis Höxter. In Brenkhausen fand am vergangenen Wochenende ein gemeinsames 160-jähriges Jubiläum der Spiemannzuges alte Kameraden und der Freiwilligen Feuerwehr statt. Während die Feuerwehr ihr 90-jähriges Bestehen feierte, konnte der Spiemannzug auf stolze 70 Jahre zurückblicken. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand auch eine Typisierungsaktion der DKMS zur Knochenmarkspende für die dreijährige Ida aus Brenkhausen, die schwer erkrankt ist. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen. Das Gemeinschaftsfest in Brenkhausen wurde von den traditionellen Rufen Gut Wehr und Gut Spiel begleitet. Landrat Michael Stickeln betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Ehrenamts für die Sicherheit und das gesellschaftliche Leben in Brenkhausen. Er lobte das Engagement für die kleine Ida und überreichte Ehrenurkunden an die Löschgruppenführer und den Tamburmajor. Am vergangenen Samstag fand der diesjährige Feuerwehrlauf in Höxter zugunsten der Drachenparten e.V. statt. Die Veranstaltung wurde durch eine besondere Überraschung bereichert. Das ZDF-Mittagsmagazin war vor Ort, um den MIMA-Helden Matthias Schmidt zu ehren. Moderator Cerno Jova Tai lief persönlich mit ein und überreichte Schmidt den MIMA-Helden-Anstecker vor laufender Kamera. Schmidt, der normalerweise jeden Teilnehmer persönlich im Ziel begrüßt, musste während dieser Ehrung kurz aussetzen. Der Beitrag wird zu einem späteren Zeitpunkt im ZDF ausgestrahlt. Vor dem eigentlichen Feuerwehrlauf nahmen 125 Kinder am neu eingeführten Bambini-Lauf teil. Die etwa sieben Kilometer lange Strecke führte entlang des Weserbogens bis zum Pier 1 an der stummrigen Straße und zurück zum Domänenhof in Korwai. Feuerwehrleute liefen in ihrer schweren Einsatzkleidung und unter Atemschutzgeräten mit. Insgesamt waren 501 Läuferinnen und Läufer beim eigentlichen Feuerwehrlauf über sieben Kilometer Strecke mit am Start. Ludger Weinholz von den Charity-Runners war mit über 80 Jahren der älteste Teilnehmer. Der eingenommene Spendenerlös aus der Startgebühr für den Verein Drachenparten e.V. Wir für Kinder beträgt etwa 9.000 Euro. Die Firma Egger aus Marienmünster steuerte zusätzlich 2.175 Euro bei. Kreisdirektor Klaus Schumacher wurde vergangenen Dienstag in einer emotionalen Verabschiedung im Kreishaus in Höxter geehrt. Landrat Michael Stickeln würdigte seine Verdienste in einer bewegenden Laudatio vor etwa 130 Gästen mit den Worten Die musikalische Begleitung übernahm ein neu formiertes Trio, das mit einem Jazz- und Popprogramm begeisterte. Zur Überraschung von Schumacher trat auch der interkulturelle Chor auf, dem er stets eng verbunden war. Gemeinsam sangen sie das Lied Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Seine beeindruckende Karriere führte ihn von den Anfängen im Ruhrgebiet über Mecklenburg-Vorpommern bis nach Höxter. Als waschechter Westfale mit besonderer Prägung verkörpert er die Mentalität des Ruhrgebiets. Bodenständig, hilfsbereit, aufgeschlossen und direkt, ja bisweilen unkonventionell, so Stickeln. In seiner emotionalen Abschiedsrede bedankte sich Klaus Schumacher insbesondere bei seinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Geduld, ihre Treue, ihr Engagement, ihr Wohlwollen und ihre Energie. Ein Zitat von Albert Einstein, Abschiede, Sintore in Neue Welten, wurde zum Leitmotiv seiner Abschiedsrede. Nach einer kurzen Werbepause verrate ich euch gleich noch die Veranstaltungen am kommenden Wochenende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Samstag feiert die Ortsfeuerwehr Befern ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten beginnen um 15 Uhr in der St. Johanneskirche in Befern mit einem Festgottesdienst sowie einer Kranzniederlegung. Um 16.30 Uhr geht es weiter mit der Proklamation der neuen Dorfkönige mit anschließendem Festumzug. Ab 18 Uhr erwartet die Gäste, Vereine und Gastfeuerwehren dann am Feuerwehrhaus Tanz und Musik mit DJ Oskar. Ein Ausklang gibt es dann am Sonntag beim Katerfrühstück mit dem Feuerwehrmusikzug Grünenplan. Ebenfalls am Wochenende findet das Hombi in Stadtollendorf statt. Bereits heute am 31. Mai gibt es die Eröffnung ab 15 Uhr mit Freifahrten an allen Fahrgeschäften und ab 21 Uhr mit einer Auftaktsparty mit DJ JD und dem Headliner Noisetime. Weiter geht es am Samstag ab 9.30 Uhr mit den Schießwettbewerben am Schützenhaus Mittendorffs Park. Die Proklamation findet um 13.30 Uhr statt und leitet über zum Festumzug um 14 Uhr. Um 21 Uhr folgt die Übertragung des Champions League Finales Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Ein Auftritt von Icino Soundmembers auf Calcia Candela folgt nach der Übertragung gegen 23 Uhr. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festzelt. Ab 14 Uhr gibt es dann einen Kinder- und Seniorennachmittag. Am Montag endet das Hombi mit einer Happy Hour von 14 bis 18 Uhr und einer Schlagerparty ab 19 Uhr mit Kerstin Werner. Den Abschluss macht das Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr. Am Samstag findet in der Stadthalle Höxter der Flohmarkt für Frauen-Mädchensache statt. Ab 18 Uhr erwartet euch ein Abendflohmarkt mit hochwertigen Klamotten und Accessoires, Drinks, Musik und Tanz. Bis 22 Uhr dürft ihr shoppen, bis 0 Uhr tanzen und Drinks genießen. Das war es auch wieder mit den WSR News. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.